Servus Leute! Willkommen zu Project Zero 3. Letztes Mal wir endlich den Cusado besiegen können und uns hat ein Geist in der Dusche angefallen. So fast. Und uns an deinem Bett ist auch einer. Hast du jetzt ein intelligentes Pencil gegeben? Mehrmals. Mehrmals. Was war das? Ich habe Kreis gedrückt. Was ist ein Kreis? Special, oder? Ja, Special. Gut, ich habe schon mal ein von vier Specialen verschwendet. Egal. Bin ich überhaupt? Ach komm! Ich könnte da auch gleich lesen. Der Tattoo-Bluterguss. Jedes Mal, wenn ich vom Haus träume, wird der Bluterguss das Tattoo größer. Ich fand so ein Tattoo in einem Volkskundgebühr. Ein Schlangen- und Stechpalmenmuster. Laut alter Sage steht das Tattoo für Schmerz. Palme und Sehnsucht eines Mädchens, dessen liebster Stab. Und meine Sehnsucht nach Yu. Mh-hmm. Sie schreibt mich eine kriechende Frau an. Wie Nico sagt, gibt es eine urbane Legende über jemand ähnlich. Sie basiert auf der wahren Geschichte einer Frau im Unglück gefangen. War sie jemand, der auch vermisst wurde? So wie Yoshino Takegawa? Ich kann wieder in den Käfig zurückgehen. Aha. Ich kann nicht vorbeigehen. Ich schnauze noch stärker. Wann ist das jetzt? Ne, das ist nicht die Tür mit dem Speicherpunkt. Hä? Warum hier? Na gut, ich erinnere mich wenigstens daran, wo ich lang gehen wollte. Gerade noch erwischt, Fräulein. Gut, ich werde aber da lang eigentlich. Kann ich aber nicht. Das heißt... Komm ich hier raus? Ne. Ach komm. Ach du... Dreck sauer. Sorry, aber der Typ nervt es ja voll. Das freut dich gar nicht. Komm. Da. Ach nee. Ich habe ihn geblendet und da kriege ich einen Fatal Frame auf die Reihe. Moment mal. Bitte lass mich Heilung haben. Danke. Und ein Steinspiegel. Oh Gott. Ich bin auch hier auf dem Blauen. Ich bin auch hier auf dem Blauen. Ah, zu spät. Verdammt. Ach. Ah.. Ja.. Kann ich eh gleich wieder von vorne anfangen. Aber es ist fast alles Besties weggeworfen. Warum wurde da nichts angezeigt? Ja, schneid mir den Weg ab. Ne, pack die Kamera aus. Ja, irgendwie krieg ich... Steinspiegel auch weg. Toll, alle Special sind weg, der Steinspiegel ist weg. Ich h Tarmon. Nein, ist er tot? Auf dem Foto sieht man ja das. Ja, danke, aber der Kampf war scheiße. Jetzt muss ich nochmal... Sorry, aber so schlecht will ich gegen den nicht abschneiden. Das Spiel ist auch so schön schwer genug. Also vom Schwierigkeitsgrad her ist das hier bisher der schwerste Teil. Weil Projection 1, wie gut geht so, Projection 2 habe ich nicht so schwer in Erinnerung. Dann haben wir diesen Teil hier, Projection 4 war aus einem anderen Grund schwer, nicht wegen dem Schwierigkeitsgrad an sich, sondern weil ich das mit den Rätseln nicht hinbekommen habe, aus verständlichen Gründen, die ich jetzt hier nicht nehmen will. Und Projection 5 war an sich sehr einfach sogar. Ich glaube sogar der einfachste. Auch der beste Teil. Zweitbeste ist Teil 1. Der drittbeste ist Teil 4. Der zweitschlechteste ist Teil 2. Und der schlechteste ist bisher dieser hier. Ich meine, ich werde mein Komplettresümee dann am Ende machen. Schauen wir mal, vielleicht zieht dieses Spiel ja noch an und überholt noch anderes. Ein Mädchen. Was passiert denn, wenn ich jetzt da lang gehe? Da kann ich gar nicht lang gehen. Das Mädchen verbietet es mir. Für uns. Dann nochmal den Typen. Hätte ich mich nicht so blöd angestellt, wäre ja eigentlich magbar. Ich finde Heiß Oberthal echt sexy. So guck. So. Jetzt sollte ich mir ein Specials aufheben. Für irgendwelche krassen Geister. Der hier, der geht ja eigentlich. So. 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 Lieber auf Nummer sicher. Nein. Ich hätte auch so den Fatal Frame hinbekommen. Verdammt. Na egal. Abzocker, der Typ ist weg. Na was jetzt? No Hit, du Flasche. Küss meine Füße. Gut. Ich glaube ich sollte ihn scheiß lassen. Jetzt habe ich noch nicht gesehen, was ich von ihm bekommen habe. Also ein Bild, ganz klar. Aber ich muss jetzt nochmal gucken, welches Bild das war. Vielleicht sollte ich da entlang gehen, wo das Geistermädchen stand. Vielleicht zeigt es mir so, da musst du hin, sobald du die Typen wieder platt gemacht hast. So. Fotos. So. Äh. Das ist die Mädchen und das war der Typ. Hinterlagen. Daten. Tätigste. Pi-Stück. Ist doppelt. Mikus Spezialfähigkeit doppelt. Na ja Mikus Spezialfähigkeit aber nicht meine. Bild von Yu. Hab ich das gerade bekommen? Das Bild, das ich von Yu beim Auftrag in einem verlassenen Haus mache. Da war ich nur in der Bildung. Ich bin gerade doof, ich habe jetzt gerade echt nicht geguckt, was für ein Bild ich von dem Typen bekommen habe. Papierpuppe. Das ist jetzt blöd, weil wahrscheinlich muss ich jetzt irgendwas fotografieren. Ich habe nicht gesehen, was. Das ist bescheuert. Ich könnte einen Schnitt machen und kurz gucken, was es war. Ich weiß nicht, ob ich ein paar Tape beenden habe. Dann ist er nur zwölf Minuten lang und das ist irgendwie lame. Die früheren YouTuber, die hatten auch nur 10 Minuten und 59 Sekunden. Dann ist der Max so, bevor ich hier wahllos irgendwelche Wege umher renne, werde ich den Part hier beenden und auf dem Bild gucken, also auf der Datei gucken, welches Bild das jetzt war, weil sonst renne ich hier stundenlang durch die Gegend und erreiche nichts. Wobei, so ist auch wieder ein Video mehr zum Hochladen. Aber egal. Mir bleibt gerade keine andere Wahl, also mache ich es so. Gut, dann würde ich sagen, das war Project Zero 3, Detonatrix. Zwar eine kurze Folge, aber naja, was soll's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich. ... ... ... ... ...